Ja, du hast hier Tomaten und Grünkohl ausgesucht und ich denke mal, daraus werde ich einen schönen, würzigen Salat machen. Okay, los geht's. So, für den Salat brauchen wir natürlich erstmal Grünkohl. Ich habe jetzt hier 200 Gramm. Ihr könnt aber auch ein bisschen mehr nehmen, also 250 zum Beispiel. Und den schneiden wir jetzt erstmal klein, sozusagen in mundgerechte Stücke. Also hier müsst ihr keine super feinen Streifen machen. Das reicht, wenn der einfach ganz grob klein geschnitten wurde. Dann braucht ihr einen Topf mit kochendem Wasser und gebt da den Grünkohl rein. Und der wird jetzt eine Minute lang blanchiert. Der ist dann noch relativ bissfest. Und ja, eigentlich mag ich das so. Außerdem, wenn der Salat dann länger durchzieht, dann wird der sowieso noch etwas mürber. Wenn ihr das lieber von Anfang an weiche haben wollt, dann kocht ihn noch etwas länger. Vielleicht zwei bis vier Minuten. So, dann könnt ihr den Grünkohl einfach in eine Schüssel geben. Ich koche den auch deshalb so lange, weil der sonst auch die Farbe verliert. Und das sieht dann her im Salat auch nicht mehr so wirklich schön aus, wenn der so ein bisschen gräulich ist. Und den Grünkohl schreckt ihr dann ab mit kaltem Wasser. Damit ihr den Farbe auch dann schön verhält. So, und wenn er abgekühlt ist, dann am besten erstmal in ein Sieb mit ihm. Und dann kann der ein bisschen abtropfen. So, dann geht es an die restlichen Zutaten. Eine Zwiebel. Die könnt ihr in nicht zu feine Würfel schneiden. Dann zwei bis drei Pilze. Könnt ihr halbieren und in kleine Stückchen schneiden. Außerdem natürlich Tomaten, und zwar zwei. Könnt ihr halbieren, vierteln und dann in ungefähr solche Stückchen schneiden. Und 100 Gramm Räuchertofu. Den schneide ich jetzt in Würfel. Ihr könnt übrigens auch normalen Tofu nehmen, wenn ihr den Räuchertofu nicht so gerne mögt. Ich finde den Rauchgeschmack an dem Salat halt wirklich echt passend. Dann brauche ich eine flache Pfanne und vier Esslöffel Olivenöl. Und sobald die heiß sind, könnt ihr die Zwiebeln, den Tofu und die Pilze reingeben. Und das einfach schön anbraten, bis die drei gut Farbe genommen haben. So, das waren jetzt fünf Minuten. Dann habe ich hier nochmal zwei Esslöffel Sonnenblumenkerne. Die gebe ich jetzt dazu. Und setze jetzt nochmal so eine Minute mit an. Bis die auch ein bisschen Farbe genommen haben. So, und jetzt kommen noch vier Esslöffel Sojasauce dazu. Und die wird so ein bisschen eingekocht. Die Pfanne könnt ihr erst mal zum Herd nehmen und so ein kleines bisschen abkühlen lassen. So, dann kommen wir wieder zu unserem Grünkohl. Den könnt ihr mit der Hand noch ein bisschen ausdrücken, bis das Meisternflüssigkeit raus ist. Und ihn dann in eine Schüssel geben. Dazu kommen gleich die Tomaten. So, wenn eure Pfanne sich ein bisschen abgekühlt hat, dann könnt ihr sieben Esslöffel Sojasahne reingeben. Und außerdem einen halben Teelöffel Paprikapulver. Und das Ganze schön verrühren. Und das geht ihr einfach in euren Salat. Und rührt das da schön unter. Ja, und so dann habt ihr einen leckeren, würzigen Grünkohsalat gemacht. Und wie gesagt, wenn der noch ein bisschen länger steht, dann zieht er auch noch ein bisschen durch. Und schmeckt dann noch ein bisschen besser. Aber ich finde ihn so auch schon sehr lecker. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr noch zurückgehen und noch andere Kombinationen ausprobieren. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen des Salats. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Pa-ra-pa-ra, pa-ra-pa-pa-pa Pa-ra-pa-ra, pa-ra-pa-pa-pa